Ich bin jetzt hier am Anfang von der A94 Richtung Riem, von Hohen Linden kommend und da haben sie jetzt schon die Autobahn Richtung Dorfen angefangen, sind auch schon ziemlich weit, aber ich frage mich, wenn die in Dorfen alle stehen, die ganzen LKWs und Autos, wie kommen die dann nach Mühlauf zur Autobahn, damit sie weiterfahren können, auf die A94 Richtung, das geht halt gar nicht, können an die Feldregel anfangen. Ich bin jetzt hier am Anfang von der A94 Richtung Riem, von Hohen Linden, das geht halt gar nicht, können an die Feldregel anfangen.